Musik Auch in den Spielwarenläden sind die Roboter jetzt im Vormarsch. Geister, die man gerufen hat und vielleicht nie mehr los wird. Schon die archetypische Geschichte des Dr. Frankenstein aus dem 19. Jahrhundert nimmt sich diese Urangst zum Thema. Frankensteins Geschöpf wandelt sich zum grässlichen Monster, das zum Schluss seinen Meister tötet. In den munteren, von Technologie-Glauben und Zukunftsoptimismus erfüllten 50er Jahren sah man Roboter anders. Es waren putzige, sympathische Kerlchen, vor denen man keine Angst zu haben brauchte. Mit klar ausgebildeten Gliedern und Gesichtszügen waren sie dem menschlichen Antlitz nachempfunden. In den Robotern sah man vor allem nützliche Helfer, die einen von der Last der Arbeit befreiten. Und natürlich galten sie als perfekte Soldaten. Gehorsam, unverletzlich und beliebig ersetzbar. Applaus 1969 sind die ersten Menschen auf den Mond gelandet, die Amerikaner. Und das hat auch dem Spielzeug, dem Roboterspielzeug, das Mystische vorgenommen. Die Roboter sind plötzlich Astronauten geworden. Es gab immer weniger die mystischen Roboter mit den offenen Augen. Es gab immer mehr Astronauten, die wirklich Menschen gelächten hatten. Sogar richtige Menschen, wie man sie kannte, die auf den Mond gegangen sind. Ab 1971 ist plötzlich das Blechspielzeug verboten worden. Es war ein amerikanisches Gesetz. Man hat verlangt, dass alle Spielzeuge in Zukunft aus Plastik hergestellt werden. Das hat man gemacht, dass sich das amerikanische Kind ab dem Blech nicht verletzen kann. Und Plastik hat man als wenig schädlich angeschaut. In den späten 60er, Anfang 70er Jahre kam dann die Zeit, die vierte Generation sozusagen mit den Monstern, die dann wieder eine ganz neue Richtung eingeschlagen haben. Oh, mein Gott! Die moderne Technik als alles verschlingendes Ungeheuer, die menschliche Angst vor dem Herrschaftsanspruch der Maschinen, hat einer konkreten Bedrohung der eigenen Existenz Platz gemacht. Musik Heutige Spielzeugroboter sind wie ihre großen Brüder in den Fabriken. Anonyme, gesichtslose Automaten, ohne klare Identität. Bedrohlich, verwandlungsfähig symbolisiert der Roboter die böse Kreatur, die in jeder Maschine steckt. Musik We are the robots Musik We are the robots We are the robots We are the robots Macht Musik We are the robots Er hat noch zehn, und es ist ein halber Roboter. Es sind mechanische und organische Teile hier. Man sagt, es wurde für die Kinder gemacht, aber ich glaube, es hatte nicht allzu viel Zulauf, weil vielleicht war es zu böse oder zu aggressiv. Ein Roboter nimmt man im Allgemeinen an, der hat kein Gefühl, er tötet oder er arbeitet oder was, alles auf Befehle und programmiert und zeigt kein Gefühl. Das ist eigentlich noch sehr symptomatisch für unsere Gesellschaft, also kein Gefühl zu zeigen und möglichst eine saubere Arbeit abliefern.